Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns mit der Malescale und der Filterbank beschäftigen. Hört sich mega komisch an, ist aber wie gesagt ein essentieller Schritt, wenn es Richtung Sprachverarbeitung geht. Das heißt wirklich auch Spracherkennung. Funktioniert eigentlich immer nur auf Malescale. Und ja, das ist ganz toll, weil man dort tatsächlich auch sehen kann, was dann so eigentlich diese ganzen Formanten tun. Das habe ich euch ja in Authacity schon mal gezeigt. Okay, bevor wir jetzt also mit Code anfangen, hier nochmal eine kleine Erinnerung, was eigentlich Malescale genau ist. Und dementsprechend auch mathematisch nicht nur Erinnerung, sondern auch mathematisch betrachtet. Okay, nehmen wir mal folgende Skalierung an. Das heißt, wir haben hier eine Skala und die ist einfach definiert durch eine Funktion, M, das steht für Males. Und die ist abhängig von der Frequenz. Das heißt, wir befinden uns hier im Frequenzbereich. Ja, und die ist genau genommen 2595 mal dem Logarithmus 10 von 1 plus der Frequenz geteilt durch 700. So, das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr komisch an. Und naja, ist im Endeffekt wirklich ein mathematisches Konstrukt, das auch ein bisschen sich orientiert an dem, wie wir eigentlich hören. Das heißt, wir hören sehr genau auf niedrigen Frequenzen. Das heißt, so im Bereich 100 bis 300 Hertz hören wir wunderbar Unterschiede. Und die Tonunterschiede dort sind auch sehr signifikant. Also wir sehen das auch hier wunderbarstens in unserer Skala. Hier ein Tonunterschied von 0 auf 1000 Hertz ist so stark, wie danach ein Tonunterschied von 1000 auf 5000 Hertz. Ähm, ne, stopp, stimmt nicht ganz. Ähm, das sind circa 3500. Das heißt, von 0 auf 1000 Hertz ist der Unterschied für unser Gehör so stark, wie von 1000 auf 3500 Hertz. Und von 3500 auf, lasst mich gucken, circa 10.000, knapp 10.000 Hertz. Und so weiter und so fort. Also ihr seht, der Unterschied wird immer, also von der Tonhöhe her, von der Frequenz ist er immer noch gleich. Aber der Unterschied, wie wir ihn hören, wird je höher der Ton ist, immer weniger signifikant. Und dem angelehnt ist die Malescale entstanden. So, das heißt, die Idee ist, wir teilen nun unsere Energie durch die einzelnen Frequenzen in 18 Bins auf. Die unserem Gehör nachempfunden werden. Es gibt auch Strukturen, da sind es mehr als 18, zum Beispiel 24 Bins. Das bleibt aber jeweils der Implementierung überlassen. Ähm, ich habe hier mal die hier rausgesucht. Die stammt aus einem Paper. Das habe ich euch hier unten mal verlinkt. Könnt ihr gerne mal danach suchen. So, und, ähm, ja, im Endeffekt ist es genau das. Das heißt, die Bins repräsentieren, wo eigentlich gerade die ganze Energie drinsteckt. Und das heißt, das ist die Malescaled Filterbank. Und, ja, wenn wir hier jetzt gucken, dann funktioniert das folgendermaßen. Ich fange jetzt hier bewusst bei 1000 an, weil hier vorne ist es sehr, sehr ungenau. Das heißt, wir gehen her und nehmen bei 1000 Hertz nichts in dieses blaue Bin rein. Also diese ganzen farbigen Dinger hier sind quasi unsere Bins immer, ja. Und wenn wir bei 1000 Hertz sind, kommt in den blauen, also in den 0, äh, in den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in den achten Binnen, kommt bei 1000 Hertz noch nichts. Bei circa, ähm, lasst mich gucken, 1500 Hertz kommt die Frequenz auch nicht mehr rein. Und dazwischen, naja, da ist es eben skaliert. Das heißt, hier bei ungefähr, ich schätze mal, das sind 1000, 125 Hertz, da kommt, kommt ein, ähm, eine, also die Energie aus, aus der Frequenz 1125, kommt zu 50 Prozent in dieses blaue Bin hier. Also mit dem Faktor 0,5 mal die Frequenz oder die Stärke der Frequenz 1125. So, bei 1250 haben wir jetzt hier die Stärke, naja, 1,0. Das heißt, das ist wirklich die Energie, die zu 100 Prozent da drin steckt. Und genauso ist es dann eben mit jedem einzelnen Bind. Das heißt, wir haben hier immer diesen Koeffizienten, also den Filterkoeffizienten, und wir nehmen einfach wirklich jede einzelne Frequenz von 0 bis 7000. Danach nix mehr. Und bei 0 nehmen wir halt eben wirklich 0 mal, dieser, äh, 0 mal die Frequenz, also 0 als Koeffizient hier vorne dran, 0 mal die Frequenz an 0 Hertz plus, ähm, fast 0 mal die Frequenz 1 Hertz und so weiter und so fort. Und so gehen wir dann quasi da durch. Und so haben wir hier die Filterkoeffizienten so aufgezeigt. So, und die landen dann immer in den jeweiligen Binds. Das heißt, wir haben hier eben diese 18 verschiedenen Binds, die dann eben mit Energie gefüttert werden. Und eben mit jeweils einem Koeffizienten. Und insgesamt haben wir dann eben eine Energie in den jeweiligen Binds drin. Das heißt, wir können sagen, die Energie hier unten ist sehr, sehr stark. Die Energie hier ist ein bisschen stark. Die Energie hier ist sehr, sehr schwach. Die ist wieder sehr, sehr stark in dem lilanen Bind und so weiter und so fort. Und so können wir quasi sagen, wie viel Energie in dem jeweiligen Hörbereich liegt. So, und darin ist die Malescale Filterbank sozusagen orientiert. Okay, und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Nächstes Mal, wie gesagt, gehen wir ein bisschen Code an. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Wir werden wahrscheinlich mehr als ein Video für den Code brauchen, weil ich auch das Ganze thematisch dann wieder auftreten möchte. Aber ja, sagt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.